Musik Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Video... ...heute zeige ich Euch wie Ihr zu Hause schnell und einfach eine leckere Barbecue Sauce selber machen könnt... ...dafür als erstes Whisky in einen kleinen Topf geben... ...die genauen Zutaten und Mengenangaben habe ich Euch unter dem Video nochmal aufgelistet... ...den Whisky zum Kochen bringen und für etwa 1 Minute köcheln lassen... ...dann eine Knoblauchzehe abziehen, mit einem Messer andrücken und zum Whisky geben... ...außerdem Tomatenketchup... ...Tomatenmark... ...braunen Zucker... ...dann die Gewürze... ...hier haben wir Paprika, Edelsüß, Cayennepfeffer, Kumin, Thymian, Rosmarin und Zwiebelpulver... ...außerdem noch etwas Senf... ...dann ein paar Spritzer Worcestershire Sauce... ...und zum Schluss etwas Flüssigrauch bzw. Liquid Smoke... ...jetzt alle Zutaten verrühren bis sich alles gleichmäßig verteilt hat... ...und dann ist die Sauce im Prinzip auch schon fertig... ...die braucht jetzt nur noch für 1 Stunde leicht zu köcheln... ...also einfach die Hitze reduzieren... ...den Deckel auf den Topf geben und für 1 Stunde leicht köcheln lassen... ...dabei gelegentlich mal umrühren... ...und nach 1 Stunde die Knoblauchzehe wieder entfernen... ...die Sauce jetzt eventuell noch mit Salz und Pfeffer abschmecken... ...und danach servieren... ...die Sauce kann entweder kalt oder auch warm serviert werden... ...als Soße für einen Burger oder auch einfach nur als Dip für etwas Brot... ...ich wünsche Euch viel Spass beim Nachmachen & bis zum nächsten mal! ... 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